Hallo Leute und willkommen hier im VIP-Magazin. Wir fangen auch heute gleich an und zwar mit dem Monat März. Und im März geht's richtig ab. Wir haben Dwayne The Rock Johnson auf Rachefeldzug. Wir haben eine fiese, fette Abzockerin, eine richtig coole Steinzeit-Familie, ein paar heiße Mädels, die es krachen lassen und den Altmeister des Krimis. Los geht's mit G.I. Joe 2, die Abrechnung. Der Film kommt auch in 3D, aber ich durfte bereits seinen kleinen Teaser in einer Pressevorführung sehen. Und ich kann nur sagen, Ninja-Fight-Clinch-In-Fight-Szenen in 3D sind gar nichts für empfindliche Mägen. Also guckt die lieber in 2D. Die Abrechnung Legen wir los. Die Welt rettet sich nicht von allein. Schick. Ich dachte da ja mehr an etwas in deiner Größe. Stellt euch mal vor, ihr seid erfolgreich, verheiratet und glücklich. Und plötzlich geht alles schief, weil euch irgendwer die Identität klaut. Diese Person rennt jetzt rum und shoppt sich dumm und dämlich und macht auch noch Schlimmeres. Und für euch geht auf einmal alles schief. Und jetzt stellt euch vor, dass die Person, die euch die Identität geklaut hat, eine dicke Rothaarige ist, weil ihr als Kerl Sunny heißt. Was denkt ihr? Danke Mama und danke Papa, oder? Voll abgezockt. Karte abgelehnt. In dem Fall müssen wir die Karte durchschneiden. Probieren Sie es nochmal, die Karte geht. Ich muss die Karte durchschneiden. Schneiden Sie die Karte nicht durch, legen Sie die Schere weg. Bezahlen Sie Ihre Rechnungen, Randy. Sandy. Sandy? Das war jetzt eine Beleidigung. Sie haben Ihren Gerechtstermin vor drei Tagen in Florida persönlich. Ich war noch nie in Florida. Das Wandungsfoto. Diese Person hat Ihre Identität gestohlen. Oh, Mann, er ist ein... Ist das eine Frau? Sandy Bigelow Patterson. Every day I'm hustling, 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 hustling. Und jetzt fliegen Sie runter und holen Sie her? Oh nein, Sie müsste direkt hier vor uns stehen, dann könnten wir was tun. Ist das der neue Standard bei der Polizeiarbeit? Wie wäre es, wenn ich nach Florida fliege und sie herhole? Dann wäre ich entlastet, habe ich recht? Daddy, der Fernseher ist kaputt. Ich bringe das wieder in Ordnung und deshalb muss ich verreisen. Das ist doch verrückt. Du jagst keine Verbrecher. Ich schaffe das. Sie ist wie ein Hobbit. Ich mache Jagd auf Bilbo. Erwischt. Sandy, Bigelow, Patterson. Wir können es auf die harte oder auf die sanfte Tour machen. Die sanfte wäre mir lieber. Sie wehren sich mehr ab. Und wie? Schlägst du gern drauf? Eddie? Ich habe diese Gitarre geliebt. Ich verklage dich. Das war nicht die sanfte Tour. Du hast Geld von Paolo geklaut. Ach du Scheiße. Kommen Sie mit mir nach Denver. Ich werde keine Anzeige erstatten. Und da schießt auch keiner auf Sie. Du hast nichts in der Hand. Das Spiel können wir den ganzen Tag spielen. Bist du ein Kenianer? Alles in Ordnung? Wir sind immer noch auf Kurs. Wir müssen weiter. Ich werde dir mal sagen, was hier los ist. Sandy sieht gerne bei Zoom. Oh nein, 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 nein. Ich darf diese Frau nicht aus den Augen lassen. Entzöckert. Das ist furchtbar. Danke. Wahnsinnig! Das war kein Kompliment. Ich weiß. Sie wurden von einem Auto überfahren. Sind Sie überhaupt ein Mensch? Man muss aber einfach die Beine locker machen. Das habe ich im Internet gelesen. Wie wäre es mit Musik? Mein Milkshake bringt es all ab. We walk five hundred miles süß. Warte, den kriege ich. Wee. Barracuda. Au. Alles okay? Vergesst mal ganz schnell Fred Feuerstein und Barney Geräusch. Ab jetzt sind die Crews die coolste Steinzeitfamilie. Nur das Getöcht tanzt aus der Reihe und verwickelt die ganze Mischproke in abgefahrene Abenteuer. The Crews. Heute erzähle ich die Geschichte von Crispy Bear. Vor langer Zeit war diese kleine Bärin nur am Leben, weil sie immer schön auf ihren Vater gehört hat. Und sie war glücklich. Aber Crispy hatte ein großes Problem. Sie war sehr neugierig. Ja, und eines Tages sah sie etwas Neues und war sofort tot. Einfach so? Ja! Oh, immer dasselbe Ende. Hab's verstanden, Dad. Ich werde nie irgendwas anders machen. Braver, Junge, Thunk. Ach. Meine Familie lebte immer nach der einen Regeln meines Vaters. Verlasse nie die Höhle. Wir hatten nie die Chance, die Welt da draußen zu erkunden. Aber wir ahnten nicht, dass sich unsere Welt vollkommen ändern würde. Yves! Komm runter! In die Höhle! Lauf! Achtung! Das müsst ihr euch echt ansehen, Leute. Das ist so wunderschön. Ein Abenteuer der besonderen Art ist Spring Break. Das Frühlingserwachen der amerikanischen Studenten in Fort Lauderdale an der amerikanischen Westküste. Das Mega-Event geht dermaßen ins Geld. Tja, und wer es sich nicht leisten kann, der lässt sich halt irgendwas einfallen. So wie unsere vier Grazien in Spring Breakers. Wir sparen das Geld schon seit Anfang des Jahres zusammen. Könnt ihr mir verraten, wie wir an so viel Geld rankommen sollen? Kein Plan. Wir sind die einzigen, die noch da sind. Wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin. Break! 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 Ich weiß nicht, ob ihr das schnallt, aber wir sind jetzt eine Marcus North, yo! 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 Das ist der geilste Space der Welt. Ihr könnt euer Leben ändern! Ihr könnt ändern, wer ihr seid! Bikinis und Mega-Möpse, yo! Nur darum geht's im Leben! Wer bist'n du? Mein Name ist Alien. Warum bist'n hier? Ich hab' euch da drinnen gesehen und dachte so, nette Menschen. Was soll der Scheiß? Wieso seid ihr so misstrauisch? Ich häng' voll mit Kohle. Da hab' ich so ziemlich jeden illegalen Scheiß unter der Sonne abgezogen. Ich kenn' dich doch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was du von mir und meinen Freundinnen willst, aber lass' uns in Ruhe. Lass' uns in der Spring Break! Hab' ihr Fett-Party gemacht? Zu guter Letzt hab' ich noch einen echten Kracher für euch. Anthony Hopkins spielt famos und grandios den Altmeister des Krimi-Films Hitchcock. Es geht um Alfred Hitchcock und seinen Plan, Psycho zu verfilmen. Ein steiniger Weg zum Klassiker, ein Film, der selbst zum Klassiker werden könnte. Hitchcock. Jeder von uns kennt dunkle Fantasien voller Gewalt und Horror. Ich bin nur der Mann in der Ecke mit der Kamera, der zuseht. Mr. Hitchcock! Sie sind der berühmteste Regisseur der Filmgeschichte, aber Sie sind 60 Jahre alt. Soll man nicht aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist mörderisch. Ich bekomme schon Blasen vom Zusehen. Er sucht wie ein Besessener nach seinem nächsten Projekt. Ich brauche etwas Frisches. Etwas anderes. Es war dieses Messer, das nur einen Moment später ihren Schrei abschnitt und ihren Kopf. Charmant. Doris Day sollte daraus ein Musical machen. Guten Tag. Dieses Buch, Psycho, ist teuflisch unterhaltsam. Wird es wirklich Ihr nächster Film werden? Ja, Madame. Ganz nebenbei. Kosten Sie die Finger, Häppchen. Das sind echte Finger. Niemand respektiert den Namen Hitchcock so wie Paramount. Doch auch ein Genie setzt manchmal auf das falsche Pferd. Das ist Mr. Hitchcocks nächster Film. Schön. Wenn Sie das Geld beschaffen. Auf welchen Namen soll ich ihn ausstellen? Und verkaufen wir dafür das gesamte Haus oder nur den Pool? Das fasziniert dich, oder? Eine Hauptdarstellerin, die in der Mitte des Films stirbt. Wie genau wollen Sie diese Duschszene drehen? Es ist nur das... Naja, ich sehe ab hier nicht gerade knabenhaft aus. Du solltest nicht bis zur Mitte des Films warten. Töte sie nach 30 Minuten. Oha. Warum lassen Sie ihn etwas logisch Schmuckloses tun? Regen Sie sich bitte nicht auf, Schätzchen. Es ist nur ein alberner Film. Mehr Rage! Mehr! Ich bin die Frau eines Mannes, der von morgen besessen ist. Er wird in diesem Land nicht gezeigt. Wie endet er? Ich habe Mutter versprochen, nichts zu verraten. Das war die erste Monatsvorschau für den Monat März. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wisst jetzt, in welchen Filmen ihr geht. Ich freue mich auf nächsten Monat. Und auch hier gilt natürlich im Kino Popcorn nicht vergessen. Nicht wahr? Tschüssi!